In diesem Buch erzählt Heather Morris die Geschichte von Lali Sokolov. Heather Morris traf Lali kurz nachdem seine Frau gestorben war. Er war 83 Jahre alt. Und für drei Jahre hat Heather Morris ihn regelmäßig besucht. Manchmal drei bis viermal die Woche. Und Lali hat seine Geschichte erzählt. Der jüdische Slowake Lali wurde in 1916 geboren und wurde am 23. April 1942 nach Auschwitz deportiert. Damals wurden jüdische Familien dazu aufgefordert, ein männliches Familienmitglied abzugeben. In den Arbeitsdienst zu geben. Und Lali hat sich freiwillig gemeldet, um seine Familie zu beschützen. Am Anfang hat Lali an nichts Böses gedacht, als er zum Arbeitsdienst abkommandiert wird. Er denkt, dass er seine Familie beschützt und er hofft sogar, dass er von dem Lohn, das Geld, der Lohn, dass er von dieser Arbeit bekommt, dass er von diesem Lohn etwas Geld zurück nach Hause an seine Familie schicken kann und so seine Familie unterstützen kann. Doch als er in einem weißen Hemd und mit einem Koffer in der Hand in einen Viehtransporter gestoßen wird, ahnt er, dass das hier kein Spaß wird. Lali ist mit tausend anderen Männern auf engstem Raum und sie bekommen keine Verpflegung oder Wasser und sie fahren in eine unbekannte Richtung. Und das Ziel ist Auschwitz. Allein in seiner ersten Nacht in Auschwitz musste Lali zusehen, wie nachts zwei SS-Leute, zwei Männer erschossen haben, nur weil sie nachts unerlaubt ihre Baracken verlassen haben. Und von Anfang an war Lali fest entschlossen, dieses Lager irgendwann wieder lebend zu verlassen. In Auschwitz haben die Nazis Lali eine bestimmte Rolle gegeben. Er sollte der Assistent von dem derzeitigen Tätowierer werden. Und als der eigentliche Tätowierer irgendwann verschwindet und nicht mehr wiederkommt, wird Lali zum Haupttätowierer in Auschwitz. Und seine Aufgabe ist es, die Häftlingsnummer, die Häftlingsnummer, also jeder Häftling in Auschwitz bekommt eine Nummer und die Häftlingsnummer wird auf den Unterarm tätowiert. Und das war Lalis Aufgabe. Wenn neue Häftlinge in Auschwitz angekommen sind, sollte er die Häftlinge mit der Häftlingsnummer tätowieren. Diese Nummern sollten den Namen der Personen von da an ersetzen. Die Nazis haben ihm diese Rolle gegeben, weil Lali fünf Sprachen sprechen konnte. Und so konnte er mit den verschiedenen Häftlingen, die angekommen sind, kommunizieren in ihrer Muttersprache. Aber das heißt auch, dass Lali der Erste sein muss in dem Lager, der diesen Menschen zuerst Schmerzen zufügt. Ja, das hat den Häftlingen Schmerzen bereitet. Und man merkt, wie Lali damit ringt. Ja, es gefällt ihm natürlich nicht, aber er muss es machen, um zu überleben. Und er versucht so sanft wie möglich, diese Nummern in den Arm zu tätowieren. Aber er weiß natürlich, dass er auch beobachtet wird von den Nazis. Und er weiß, dass er sich anpassen muss, damit er nicht ermordet wird. Und dann, eines Tages, tätowiert er den Arm von einem jungen Mädchen. Und als er die Nummer mit blauer Tinte in den Arm tätowiert hat, blickte er auf, guckte ihr direkt in die Augen und verliebte sich auf den ersten Blick in Gita. Und sie mag ihn auch. Und eine Liebesgeschichte begann, an deren Ende das Unglaubliche wahr werden sollte. Beide überlebten. Wenn man einen wichtigen Job in einem KZ, in einem Konzentrationslager hatte, hat man gewisse Vorteile und Privilegien bekommen. Aber vor allem hieß das, dass man bessere Chancen aufs Überleben hatte. Lali nutzt seine besondere Rolle, um gegen diese Unmenschlichkeit im Lager zu kämpfen. Und damit rettete er auch vielen Menschen das Leben. Lali hat zum Beispiel eine größere Portion Essen bekommen. Die Nazis wollten natürlich nicht, dass er zu schwach ist, um zu arbeiten. Und dieses Extra-Essen, das er bekommen hat, teilte er heimlich mit anderen. Mit seinen Freunden und mit Menschen, die es mehr nötig hatten. Also mit kranken oder schwachen Menschen. Jeden Tag teilt er seine Extra-Portion Essen mit anderen und hilft, wo er kann. Lali hatte auch eine bessere Unterkunft, also dort, wo er geschlafen hat, als alle anderen Häftlinge. Alle anderen waren in Blöcken, wo sie auf engstem Raum mit viel zu vielen anderen Leuten zusammenleben mussten. Aber Lali hatte seine eigene Kammer, also ein Zimmer, im Zigeunerblock. Baretzki ist der SS-Offizier, der für Lali zuständig ist. Und im Laufe des Buches wächst ihre Beziehung. Sie bekommen immer mehr Vertrauen zueinander. So weit, dass Baretzki Lali sogar Ratschläge gibt, wie er sich am besten im Lager verhalten sollte, damit er sicher bleibt. Sie reden auch über Frauen und Beziehungen zu Frauen und sie tauschen untereinander Tipps aus über ihre eigenen Beziehungen zu Frauen. Und sie riskieren mehrfach ihr eigenes Leben, um sich gegenseitig zu helfen. Trotz dieser Beziehung hält Lali Baretzki immer noch für ein Risiko, weil Baretzki eben auch willkürlich Menschen ermordet und Menschen foltert. Aber Lali nutzt diese Beziehung, um mehr Privilegien zu bekommen. Unter anderem auch, um mit Gita kommunizieren zu können. Gita arbeitete mit anderen Frauen in Kanada. Kanada, so wurde die Ankunftsbaracke genannt. Die Ankunftsbaracke war die Baracke, wo die Häftlinge angekommen sind und wo sie dann ihre ganzen Sachen, die sie dabei hatten, abgeben mussten. Ja, ihr ganzes Eigentum, das Eigentum von den Häftlingen wurde von den Nazis genommen. Alles, was sie dabei hatten, Koffer, die Brille, der Ehering und die Klamotten. Alles wurde abgegeben und dann in Kanada sortiert. Ja, also da auf den Haufen kommen alle Brillen hin, da kommen die Schuhe hin und so weiter. Gita und die anderen Frauen sollten also das Eigentum der Häftlinge sortieren. Und alle Wertgegenstände, so wie Geld, Gold, Edelsteine, Schmuck, sollten natürlich auch sofort an die SS abgegeben werden. Aber manchmal hat Gita etwas von diesen Wertgegenständen, zum Beispiel Edelsteine, eingesteckt und dann an Lali weitergegeben, damit Lali diese Wertgegenstände als Zahlungsmittel benutzen konnte. In der Zeit, als Lali in Auschwitz war, kamen auch Lohnarbeiter nach Auschwitz. Lohnarbeiter, also normale Arbeiter, die Geld für ihre Arbeit bekommen, die einen Lohn bekommen. Und jeden Tag kamen polnische Lohnarbeiter nach Auschwitz, weil sie in Auschwitz Krematorien gebaut haben. Und Lali schafft es, mit diesen Arbeitern zu reden. Mit diesen Arbeitern, die jeden Tag von außen nach Auschwitz reinkommen. Und er benutzt diese Wertgegenstände, wie zum Beispiel die Diamanten oder die Edelsteine, um von diesen Arbeitern zum Beispiel mehr Essen zu kaufen. Ja, er benutzt die Wertgegenstände, um von den Arbeitern Essen oder auch Medikamente zu kaufen. Gita, so wie auch Lali, haben sich damit natürlich regelmäßig in große Lebensgefahr begeben. Gita, weil sie die Wertgegenstände eingesteckt hat. Wenn das die SS herausgefunden hätte, dann wäre Gita definitiv ermordet worden. Und Lali natürlich auch, weil er mit den polnischen Arbeitern geredet hat und weil er Dinge von ihnen gekauft hat. Dinge, auf die Lali normalerweise im Lager kein Recht hätte. Aber der polnische Arbeiter, von dem Lali regelmäßig diese Dinge gekauft hat, hat sich natürlich ebenfalls in große Gefahr begeben. Man kann kaum in Worte fassen, was Lali in Auschwitz erlebt. Der Tod lauert an jeder Ecke in Gestalt der SS-Leute. Und diese SS-Leute machen sich einen Spaß daraus, die Gefangenen, die Häftlinge, zu erniedrigen, zu schlagen und zu erschießen. Wer es wagt, seine Baracken nachts zu verlassen, wird erschossen. Wer es wagt, einen der SS-Männer anzusehen oder auch nur den Blick zu heben, wird erschossen. Wer zu langsam arbeitet oder während der Arbeit wegen Hunger, Durst oder Erschöpfung zusammenbricht, wird erschossen. Oder wer auch nur den kleinsten Regelbruch begeht, wird umgebracht. In Auschwitz weint man nicht, egal was passiert. Stets den Blick gesenkt, den Mund geschlossen und nur antworten, wenn man gefragt wird. Und nicht fragen, wo die Zigeuner hingebracht wurden. Aber das war auch nicht nötig, denn vom Himmel regnete es Asche herunter. Lali sah, wie seinen Freunden, seinen Kollegen, den Freunden von seiner Freundin Gita schreckliche Dinge passieren. Und doch macht er jeden Tag weiter und kämpft ums Überleben. Eines Tages wird Lali zu den Verbrennungsöfen geschickt, also dort, wo die Häftlinge nach der Vergasung verbrannt werden, in den Öfen. Denn auf diesem Haufen, auf dem Haufen mit den vergasten Häftlingen, da ist eine Häftlingsnummer doppelt aufgetaucht. Also eine Nummer gab es zweimal und deswegen wurde Lali zu den Verbrennungsöfen geschickt, weil er, weil die Nazis gedacht haben, dass er einen Fehler gemacht hat. Und in diesem Berg von Leichen vergleicht er die Nummern und sieht aber, dass die Ziffern, die Ziffern zwei unterschiedliche Ziffern waren. Das war sein großes Glück, denn solch einen Fehler, wie die gleiche Nummer zweimal zu tätowieren, hätte vielleicht seinen Tod bedeutet. Und wenn nicht seinen Tod, dann eine sehr, sehr strenge Strafe. Und als die Nazis merken, dass Lali keinen Fehler gemacht hat, lassen sie ihn wieder zurückgehen, aber sie lachen ihn aus. Sie machen sich über ihn lustig, sie lachen ihn aus und sagen, ah, du bist der einzige Jude, der den Ofen lebendig verlässt. Und Lali bekommt auch irgendwann einen Assistenten, einen Assistenten, der ihm beim Tätowieren hilft. Und dieser Assistent hieß Leon. Und Leon war wie ein Bruder für Lali. Und Josef Mengele war einer der Nazi-Ärzte im Lager. Er war skrupellos und grausam. Und wenn neue Häftlinge in Auschwitz angekommen sind, hat er sich ein paar davon ausgesucht und hat sie mitgenommen, um an ihnen Experimente durchzuführen. Er hat also neue Patienten gesucht für seine Experimente. Irgendwann wird Leon von Mengele herausgepickt und Monate später kommt Leon wieder zurück, aber er war psychisch völlig kaputt. Mengele hatte ihm die Hoden abgetrennt. Die Hoden, also die männlichen Genitalien. Und über die anderen Dinge, die man mit Leon gemacht hatte, redete Leon nicht. Jakob war ein amerikanischer Jude. Er wurde bei einem normalen Familienbesuch in Polen gefangen genommen und nach Auschwitz gebracht. Jakob lernt Lali kennen, als Lali seinen Unterarm tätowiert. Und Jakob signalisiert Lali, dass er hungert. Und Lali schafft es, Jakob heimlich Essensrationen zukommen zu lassen. Vom 16. Juni bis zum 10. Juli 1944 wird Lali in die Strafkompanie gebracht. Die Strafkompanie war eine besonders harte Strafe der Nazis. Dort wurde man gefoltert und keiner sollte die Strafkompanie überleben oder gar verlassen. Lali ist in der Strafkompanie und der Folterer, der Lali foltern sollte, kommt zur Tür herein. Und da sieht Lali, dass es Jakob war. Jakob wurde von den Nazis gezwungen, die Häftlinge in der Strafkompanie zu foltern. Und da Lali Jakob kannte und ihm auch geholfen hat vorher, konnte Jakob sich revanchieren und ihn nicht so hart foltern wie alle anderen. Und so schaffte es Lali auch, die Strafkompanie zu überleben. Aber nicht nur das, es gab noch eine andere Freundin von Lali, die ihm geholfen hat und tatsächlich es geschafft hat, Lali aus der Strafkompanie herauszuholen. Silka ist eine Freundin von Gita. Und im Gegensatz zu den meisten anderen Häftlingen wird Silka nicht gezwungen, ihren Kopf zu rasieren. Außerdem wird sie gezwungen, die Geliebte von dem Kommandant in Auschwitz zu sein. Der Kommandant Johann Schwarzhuber, der sie regelmäßig verprügelt und vergewaltigt. Vergewaltigen heißt, dass er sie auf brutale Art zum Geschlechtsverkehr zwingt. Silka wird auch eine Freundin von Lali, denn Lali hat ihr natürlich auch geholfen. Silka hat auch von den zusätzlichen Essensrationen von Lali profitiert. Silka muss sich natürlich auch in einer bestimmten Art und Weise verhalten, damit der Kommandant Schwarzhuber sie nicht tötet. Also alles machen, was er sagt, keine Fragen stellen und erst recht nicht ihn um einen Gefallen bitten. Silka begibt sich also in große Gefahr und geht ein großes Risiko ein, als sie Schwarzhuber bittet, Lali aus der Strafkompanie zu entlassen. Schwarzhuber entlässt Lali aus der Strafkompanie, er tötet Silka nicht dafür, dass sie gefragt hat und Lali wird das Leben gerettet. Lali und Gita sind immer ein hohes Risiko eingegangen. Sie mussten sich heimlich treffen und unter hohem Risiko erwischt zu werden. Aber Lali ging dieses Risiko gerne ein, denn die Liebe zueinander hat ihnen natürlich auch Kraft und Hoffnung gegeben, das Ganze zu überleben und jeden Tag weiterzumachen. Als Gita an Typhus erkrankt, wird sie von ihren Freunden vor der SS versteckt, um sie vor der Gaskammer zu retten. Gitas Freundinnen Ivana und Dana und auch Lali halten Gita mit verschiedenen Taktiken am Leben. Lali kauft Medizin von den polnischen Arbeitern und hält Gita so am Leben. Und als Gita so krank war, verspricht Lali ihr, eines Tages eine Familie mit ihr zu gründen, wenn sie wieder gesund ist. Die Art und Weise, wie Lali sein Mädchen beschreibt, lässt einen erröten. Und die Art, wie er sich um sie kümmert und die Dinge, die er für sie tut, sind unfassbar liebevoll und unmöglich. Eine der liebevollsten Szenen ist, als Lali Diamanten und Perlen gespart hat. Diese gibt er dann an die polnischen Arbeiter im Tausch gegen etwas Schokolade. Er bekommt nur ein sehr kleines Stück Schokolade. Und das Problem war, dass er es wochenlang nicht schaffte, Gita zu treffen. Und als sie es endlich schaffen und sich wieder sehen können, ist die Schokolade geschmolzen. Aber das war ihnen egal. Sie haben seit Jahren keine Schokolade mehr gehabt und sie genießen es. Und sie haben einen wunderbaren, glücklichen Moment miteinander. Und dieses kleine Stück Schokolade, das sie zusammen genießen, macht sie für einen kurzen Moment sehr glücklich. Eine Liebesbeziehung in Auschwitz zu führen, war eigentlich unmöglich. Aber das war Lali egal. Er hätte alles dafür getan, mit seiner Gita zusammen zu sein. Er hat Glück im Unglück gefunden. Und es hat auch viel Kraft und Ausdauer gebraucht, um dieses Glück, diese Beziehung aufrecht zu erhalten. Lali wusste, wie die Nazis und wie das Lager funktionierte und was ein Leben im Lager bedeutete und was ihm bevorstand. Doch er hatte nicht nur einen starken Überlebenswillen, sondern wollte auch sein Leben und das, was davon übrig war, so gut wie möglich verbringen. Er findet Freunde an einem Ort, an dem man nicht weiß, wem man trauen kann. Es ist eine grausame Geschichte, aber auch eine Geschichte, die von Mut und Hoffnung erzählt. Und vor allem ist es eine Liebesgeschichte. Diese Geschichte kommt aus einer Zeit, die die schlimmste Seite der Menschheit zeigt. Aber in diesen allerschlimmsten Umständen findet man auch das Allerbeste der Menschheit. Nachdem Gita gestorben war, wollte Lali seine Geschichte zum ersten Mal erzählen. Und damals sagte er zu Heather Morris, sie müssen schnell arbeiten, ich habe nicht mehr viel Zeit. Und Heather Morris antwortete, müssen sie irgendwo hin? Und Lali sagte, ja, ich muss zu Gita. Ich habe nicht mehr, ich muss zu Gita.